Hallo und herzlich willkommen meine Dienstschauer. Willkommen zurück zu einem weiteren Part von South Old Republic. So, wir quatschen jetzt mal wieder mit General Gaza. Captain, ich wurde gerade von Colonel Fieros kontaktiert. Wie ich hörte, war die Operation ein voller Erfolg. Die Entschlüsselung des Umbra-Codes wird weitreichende Folgen haben. Die Republik hat heute einen Vorteil errungen, der den Verlauf des gesamten Krieges ändern könnte. Es war mir wie immer eine Ehre. Sergeant Youn, tretet bitte vor. Sergeant Youn, es ist mir eine Freude, euch offiziell der Sondereinheit 326 der Republikanischen Armee Codename Chaos-Trupp zu unterstellen. Es ist so sehr gut, ich würde sagen, was soll ich hier sein? Wir sind froh, euch im Team zu haben, Sergeant. Kommt nach der Faustfahrt, wird gern mit Abba-Kollein gelandet. Dank Sergeant Youn kann der Chaos-Trupp endlich den Angriff auf die Faust-Superwaffe starten. Kehrt sofort nach Coruscant zurück, Captain. Es gibt viel zu besprechen. Gaza Ende. So, da wären wir ja auch schon. Captain, kommt herein und steht bequem. Wie ich höre, habt ihr den Chaos-Trupp auf volle Stärke gebracht, Captain. Meinen Glückwunsch. Mein Trupp und ich fühlen uns geehrt, dass wir an diesem Einsatz teilhaben dürfen, Sir. Ich denke, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich sage, dass wir froh sind, den Chaos-Trupp dabei zu haben. General Garza, wollt ihr anfangen? Gerne. Wie ihr wisst, Captain, kann das Imperium mit seiner Superwaffe der Faust jedes Schiff im Hyperraum erfassen und zerstören. Diese Fähigkeit verschafft dem Imperium einen unüberwindlichen Vorteil. Außerdem wird ein Angriff auf die Faust dadurch erheblich erschwert. Glücklicherweise konnten wir mit den technischen Daten, bei deren Beschaffung ihr mitgewirkt habt, einen wasserdichten Plan erarbeiten, um unsere Streitkräfte nahe genug für einen Angriff heranzubringen. Könntet ihr diesen Angriffsplan erläutern, Sir? Wir haben die imperialen Daten ausgewertet und ermittelt, wie viel Zeit die Faust benötigt, um ein Ziel zu erkennen und zu erfassen. Euer Schiff und mein Kampfgeschwader werden sich der Faust durch mehrere kurze Hyperraumsprünge annähern, wobei wir immer unterhalb ihrer minimalen Erfassungsdauer bleiben. Wiederholte kurze Hyperraumsprünge sind allerdings äußerst ineffizient und unsere Schiffe werden nicht mehr genug Treibstoff für die Heimreise haben. Ein Sieg auf der ganzen Linie ist also unsere einzige Möglichkeit. Welches Ziel hat mein Trupp, wenn wir das Gebiet erreicht haben? Sobald der Angriff beginnt, werden Lieutenant Korias Tresorknacker den Planetenschildgenerator ausschalten, der die Faust schützt, damit der Chaos-Trupp sie entern kann. Wenn ihr an Bord seid, beginnt euer Spreng-Einsatz. Sergeant Yuen wird euch helfen, die Schutzsiegel am inneren Kern der Waffe zu umgehen. Dann dringt Spezialist Wieck mit euch in den Kern ein und platziert Sprengladungen an entscheidenden Schwachstellen, damit die Faust vollständig zerstört werden kann. Wie soll ich die anderen Mitglieder meines Trupps einsetzen? Während eures Spreng-Einsatzes solltet ihr zwei Mitglieder des Chaos-Trupps darauf ansetzen, die Brücke der Faust zu stürmen und sämtliche Daten aus den Waffencomputern herunterzuladen. Wer keine Aufgabe zugewiesen bekommt, soll den Rest des Teams unterstützen, wenn nötig. Sobald ihr eure Ziele erfüllt habt, müsst ihr die Faust sofort evakuieren. Verstanden? Ich werde das Angriffsteam für die Brücke vor Beginn der Operation einteilen. Wir können die Wichtigkeit dieser Mission gar nicht genug betonen, Käpt'n. Die zukünftige Sicherheit der Galaktischen Republik hängt an der Zerstörung dieser einen Waffe. Solche Situationen sind für euch und eure Leute nichts Neues. Ihr habt schon andere ausweglose Lagen erlebt und sie durch Geschick und Entschlossenheit überwunden. Wenn jemand diesen Angriff anführen und uns zum Sieg verhelfen kann, dann der Chaos-Trupp. Die Republik verlässt sich auf euch. Und nun geht. Für die Republik! Die Reise zur Faust. Okay, gut. Die Faust. Hauen wir der Faust mit der Faust um einen rein. Ach Gott. Ach nee, Quatsch. Ich werde doch hier machen, oder? Alles klar, dann wollen wir mal. Ich werde doch hier machen, oder? Chaos-Trupp, hier Admiral Numin. Unser Angriffstrupp hat den Hyperraum verlassen und das Feuer auf die imperialen Geleitschiffe eröffnet. Die Gegenwehr ist wie erwartet. Lieutenant Coria meldet, dass die Tresorknacker den Planetenschildgenerator erledigt haben. Ihr könnt mit dem Angriff auf die Faust beginnen. Viel Erfolg. Gebt den Imperialen Saures, Sir. Wir melden uns, falls sich irgendwas tut. Numin Ende. Captain, der Trupp steht bereit und wartet auf eure Anweisungen. Laut Einsatzbefehl sollen zwei Truppmitglieder die Brücke stürmen und dort Daten sammeln. Es wird starken Widerstand geben. Da Spezialist Wieck und Sergeant Youn schon Aufgaben haben, stehen für den Brückenangriff noch ich selbst, Sergeant Jorgen und M14X zur Verfügung. Wen wollt ihr hinschicken? Ähm, das stellt ihr mit 4X, äh, das sollt ihr, ich will Jorgen und 4X dort haben. Ja, genau, die beiden will ich da haben. Ich will maximale Feuerkraft beim Brückenangriff. Also Jorgen und 4X. Von mir aus. Wir werden das schon aufräumen. Stimmt's, 4X? Bestätigt, Lieutenant Sir. Nach unserem heldenhaften Angriff wird kein Imperialer mehr aufrecht stehen. Ich kümmere mich um die letzten Vorbereitungen. Habt ihr dem Trupp noch etwas zu sagen? Ähm, ich weiß, ich kann mich auf alle verlassen. Der Chaos-Trupp ist die beste Einheit der Republik, weil er aus den besten Soldaten der Republik besteht. Deshalb werden wir auch siegen. Ja, wir stürmen auf die fortschrittlichste Waffe zu, die das Sith-Imperium jemals gebaut hat. Aber wir werden siegen. Ja, die Chancen stehen gegen uns. Ja, wir liegen 10 zu 1 in der Unterzahl. Dennoch, der Chaos-Trupp wird siegen. Jawohl. Okidoki. Ich bringe ein paar der Faust, na dann. Ach, Tone, bitte, wenn man mit mir reden. Na dann. Es stellt sich also heraus, dass der rote Margaran nicht nur ein Idiot ist, der wegen des geplatzten Waffenhandels sauer auf mich ist. Er ist auch ein Idiot mit jeder Menge Kopfgeldjägern in der Hinterhand. Er hat einen Preis auf meinen Kopf ausgesetzt. Ich muss mich darum kümmern. Tut, was immer ihr tun müsst, Wieg. Margarans Büro ist auf Nasha da. Ich kenne da immer noch ein paar Leute, die mich nicht tot sehen wollen. Also sollte es nicht lange dauern. Sobald Margaran erledigt ist, können wir weiter. Je schneller das erledigt ist, desto besser. Ganz meine Meinung. Bin bald wieder da. Mit einem Angriff auf die Faust. Och, ich gehe mal kurz jemanden platt machen. Hey, Boss. Alles ist geregelt. Kein Preisgeld mehr auf meinem Kopf. Oder zumindest bezahlt es keiner mehr. Ich bin froh, dass jetzt alles in Ordnung ist. Ich auch. Ich habe beim Durchsuchen des Wracks ein paar von Margarans Daten gefunden. Ich dachte mir, die könnten nützlich sein. Ich sage Bescheid, wenn ich auf etwas Interessantes stoße. Erfahrungsmut der 8,75. Was ist das für eine bescheuerte Zahl? So, dann wollen wir mal. Es ist noch früh zum Sterben. Alter, wir haben da eben eben... Ja, die ganzen Truppen halt eben... Ja, das geht. Oh, 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 oh. Und schon bin ich tot. Das geht ja schneller, als ich gucken kann. Stimmte So jetzt schusse ich aber erst mal raus aus dem Kampf Komme ich hier erst mal auf Pumpen So Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, so weit, so gut. Dann gehen wir die anderen suchen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Gut. Ähm... Okay, so weit, so weit. Okay. Okay. Okay, so weit, so weit. Okay, so weit, so weit. Okay, so weit, so weit. Okay, so weit, so weit, so weit. Okay, so weit, so weit, so weit, so weit. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? So, wo muss ich jetzt hin? Gut, das wird mir auch erledigt. So, weiter geht's. Mal gucken. Alles klar. So, weiter geht's. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Yun. Kontaktieren wir Wieg. Wieg, bitte kommen. Die Siegel sind ausgeschaltet. Trefft mich bei der Tür zum Kern. So schnell es geht. Over. Dann hat die hässliche Wand zu euch also doch reingebracht, ja? Bin unterwegs zur Tür. Wieg Ende. Ach, du Scheiße. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Alles klar. Und natürlich muss ich mich hier wieder durchherschauen, von dem man hier nicht kennt. Wieg Ende. Hä? Äh, wie jetzt? Ach, fahrst du dir. Was sagen euch? Was ist denn jetzt los? Ähm. Ja, Moment mal. Ja, Moment mal. Da seid ihr ja. Können wir es jetzt zu Ende bringen oder soll ich mir erst noch einen Drink holen? Zu schade, dass die Imperialen keine Bar an Bord haben. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Sergeant Yun, trefft euch mit Sergeant Dawn und bleibt wachsam. Ähm. Bin da. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Come on. Oh Gott! Ah, hier. Ja, da ist es. Eine Ladung weniger, Käpt'n. Kümmern wir uns um den Rest, dann können wir zurück nach Coruscant zu den vielen dankbaren Bürgern der Republik. Medaillen, Paraden, Partys, könnte lustig werden. So verrückte Missionen haben eben auch ihre Vorzüge. Ich bin dann soweit. Oh, 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 oh. Okay, wie komme ich jetzt da auf die andere Seite? Oh, 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 oh. So, gibt es ja vielleicht irgendwo eine Bürgersteuerung oder sowas? Ah ja, hier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ach ja, stimmt, der hier entlangt. Völlig verpeilt. Völlig verpeilt. Jetzt sollen wir ein bisschen Energie tanken hier. Okay, Taro, dann machen wir den Job hier. Okay, und jetzt noch eine am Reaktorkern. Okidoki, auf geht's. Okay. 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 Gut. Das war die letzte Ladung. In ein paar Sekunden kann es losgehen. Kapitän, ihr Jorgen, es gibt Ärger auf der Brücke. Wir haben die Daten, aber es ist imperiale Verstärkung aus dem Nichts aufgetaucht. Mehr, als wir abwehren können. Sind die Bomben platziert, können wir abhauen. Wir haben unsere Ziele erfüllt. Ich will alle schnellstens wieder an Bord des Schiffs haben. Verstanden. Gehen wir. Jawohl. Äh, so warte mal, kehre zu deinem Schiff zurück. Na, dann wollen wir mal. Runter von diesem überdimensionalen Schrotthaufen. Äh. Ist noch zu früh zum Sterben. Gehen wir mal. 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 Jetzt muss ich hier natürlich wieder komplett durchkämpfen, oder wie sehe ich das jetzt? Warte mal. Ah ja, da sind sie alle. Trotz der harten Kämpfe wohl aufzusehen. Leider erlitt Jorgen während unseres Rückzugs von der Brücke schwere Verletzungen. Trotz meiner Bemühungen, das feindliche Feuer zu absorbieren, weigerte er sich, vom Kampf zurückzutreten. Ein perfektes Beispiel für republikanischen Heldenmut. Gib mir einen vollständigen Bericht. Wie ist Jorgens Status? Ich habe ihn erstmal stabilisiert, aber seine Wunden wären mit Sicherheit tödlich gewesen, wenn 4X ihn nicht so schnell hergebracht hätte. Jorgen kann von Glück sagen, dass er noch lebt. Bleibt bei ihm und haltet mich über seinen Zustand auf dem Laufenden. Ja. Natürlich, Käpt'n. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss die Ladung entzünden, und wenn ich das tue, sollten wir lieber nicht im Hangar sitzen. Also Bewegung! Schnell! Warte doch! Du hast die Ladung! Verwagung! Gut. Benutz holen wir deine Schiffs. Alles klar. Dann verschwinden wir mal von hier. Chaos-Trupp an Angriffstrupp. Ziel erfüllt. Alle Schiffe auf sicheren Mindestabstand zurückziehen. Verstanden, Chaos-Trupp. Alle Schiffe zurückgezogen. Fahrt mit der Sprengung fort. Boom. Ziel zerstört. Ich wiederhole, die Faust wurde zerstört. An alle Schiffe. Angriff abbrechen und am Sammelpunkt 47 auftanken. Chaos-Trupp, ihr werdet General Gaza auf Coruscant Bericht erstatten. Ich breche sofort nach Coruscant auf, Admiral. Die beste Waffe des Imperiums wurde zerstört. Ich gratuliere, Chaos-Trupp. Die Nenne. Wir sind in den letzten Jahren. Wir sind in den letzten Jahren. Wir sind in den letzten Jahren. Die Nenne ist in der letzten Jahren. Das imperiale Kriegsministerium ist wegen der Zerstörung der Faust ganz aufgebracht. Der SID meint, dass Köpfe rollen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn die Imperialen mit Schuldzuweisungen beschäftigt sind, ist jetzt der ideale Zeitpunkt nochmal zuzuschlagen. Das ist eine gute Idee. Ich werde den SID gleich beauftragen, eine Liste der wichtigsten Ziele aufzustellen. Ihr habt bei diesem Einsatz vorbildliche Führungsstärke und Talent bewiesen. Ich befördere euch mit sofortiger Wirkung zum Major. Die Mitglieder eures Trupps werden vergleichbare Beförderungen erhalten. Ich gratuliere, Major. Ich fühle mich geehrt, diese Beförderung anzunehmen, General. Das habt ihr verdient. Ihr habt unter außergewöhnlichen Bedingungen außergewöhnliche Ergebnisse geliefert. Ich empfehle zusätzlich, euch für den außergewöhnlichen Mut, den ihr beim Angriff auf die Faust-Superwaffe bewiesen habt, mit der silbernen Sichel auszuzeichnen. In Anerkennung der Verletzungen, die er bei der Erfüllung seiner Pflicht erlitt, empfehle ich Arik Jorgen für das treue Siegel, falls ihr einverstanden seid. Ich wüsste niemanden, der es mehr verdient hätte. Ausgezeichnet. Ich werde die nötigen Papiere sofort einreichen. Aber ich fürchte, ich habe nicht nur gute Nachrichten. Kurz nach der Zerstörung der Faust empfingen wir diese Holo-Übertragung. An das republikanische Kommando. Hier spricht General Rakton vom Imperialen Kriegsministerium. Ihr habt einen schweren Fehler begangen. Indem ihr die Faust zerstört habt, habt ihr eine Waffe des Friedens zerstört und die letzte Hoffnung eures Volkes. Sagt mir alles, was wir über diesen Mann wissen, General. Ich lasse euch sofort eine Akte zustellen. Kurz gesagt, Rakton ist der beste Kommandant des Imperiums. Das Genie, das all ihre Kampagnen plant. Ich hatte gehofft, dass ein Gerät, das die Möglichkeit zum Widerstand entfernt, dem Imperium erlauben würde, sein Werk ohne weiteres Blutvergießen zu vollenden. Aber durch eure Taten habt ihr jede Hoffnung auf Frieden zunichte gemacht. Ich sehe mich daher gezwungen, eine Kampagne ins Leben zu rufen, wie die Galaxis sie noch nie gesehen hat. Eure Soldaten werden abgeschlachtet werden. Eure Planeten werden brennen. Und euer Volk wird das Licht vom Willen des Imperators endlich empfangen. Wenn das Imperium wirklich eine ausgewachsene Kampagne gegen uns starten will, sollten unsere Streitkräfte auf alles gefasst sein. Wir versetzen sämtliche Außenposten und Einheiten sofort in Alarmbereitschaft. General Rakton ist seit Jahren geübt darin, jede republikanische Streitmacht auszumanövrieren, die sich ihm in den Weg stellt. Und einschließlich meiner. Der SID hält nach Hinweisen auf Raktons neue Kampagne Ausschau. Bis wir eindeutige Daten haben, ist der Chaos-Trupp erst einmal freigestellt. Ruht euch aus, erholt euch und wartet auf meine nächste Nachricht. Wegtreten, Major. Alles klar. Gut, dann benutze ich ja Hulu-Terminal-Verschrift benutzen. Nein, klar. Also, ich werde jetzt hier den Part. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen Abo und seid das nächste Mal einfach wieder dabei. Bye, bye.